Käse im Brot und dann noch zum Zupfen. Für das Zupfrot empfehle ich Appenzeller, der hat einen mildwürzigen Charakter. Alles, was er dafür benötigt, ist Mehl, Hefe, Salz, lauwarmes Wasser und eine Flocke Butter. Und das verknetet die Rührmaschine. Hefeteig abdecken und an einem warmen Ort eine Stunde schmollen lassen. Ein Hefeteig ist schneller zubereitet, als ein Käse reifen kann. Hefeteig zum Rechteck ausrollen. Kleiner Tipp, Backpapier als Maß nutzen. Dann bleibt der Teig auch nicht am Nudelholz kleben. Mit Reisebeermarmelade einstreichen und in Streifen schneiden. Dazu kommt Wacholder-Schinken und Appenzeller. Einrollen und in eine Springform legen. Das Ganze bei 200 Grad für ca. 25 Minuten in den Ofen. Kann man kalt und warm essen. Und was sind eure Lieblingsrezepte mit Appenzeller?